Wir sind heute zum Rat zusammengekommen, um über drei Punkte zu sprechen. Einmal über die Situation in der Ukraine. Hier ist nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten beim letzten Rat leider nicht viel passiert, was die Umsetzung unserer Erwartungen auch anbelangt. Es sind keine Geiseln freigelassen worden, es ist keine Grenzsicherung geschafft, die Kontaktgruppe arbeitet nicht. Und deshalb werden wir hier über neue Sanktionen sprechen, weil wir glauben, dass der russische Beitrag zu einem Frieden in der Ukraine noch nicht ausreichend ist. Zweitens werden wir die strategische Agenda mit dem neu gewählten Kommissionspräsidenten besprechen. Wir haben ihm schon alle gratuliert, aber wir freuen uns jetzt auch auf die Zusammenarbeit. Und drittens geht es um Personalfragen. Hier kann es sehr gut sein, dass es nur eine erste Diskussion gibt und dass heute die Entscheidungen noch nicht getroffen werden. Ich bin dafür, dass wir, wenn wir entscheiden, dann auch die offenstehenden Fragen sehr umfassend klären. Ob das heute schon gelingt, glaube ich eher nicht. Aber wir schauen mal, wir werden Sie dann über die Ergebnisse informieren.